Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Drei Tage hat der Prozess gegen Sebastian Kurz und seine Mitangeklagten bisher gedauert. Der Ex-Kanzler hat ausgesagt, genauso wie andere, es geht um Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Auch der Tod von Christian Pilnercheck, der einst starker Mann im Justizministerium war, wurde vor dem Richter zur Sprache gebracht von Kurz. Warum der tragische Suizid Pilnerchecks politische Wellen schlägt, das ist eine der Fragen, die ich mit Falter-Chefredakteur Florian Genk besprechen werde. Hallo Florian. Hallo Raimund. Zuerst Florian, nach den ersten Tagen des Kurz-Prozesses ein Versuch eines Resümees. Du warst mit vielen anderen Journalistinnen und Journalisten dabei. Was unterscheidet dieses Verfahren von anderen Verfahren mit prominenten Beschuldigten, die es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben hat? Also das ist einmal eine Nebenfront des ganzen Ibiza-Komplexes und der Inseratenaffäre. Es geht eigentlich um nicht sehr viel. Es geht um die Frage der falschen Zeugenaussage vor einem U-Ausschuss. Also darüber, ob der Sebastian Kurz als Bundeskanzler, als Exekutivorgan gegenüber der Kontrolle der Legislative, also den Volksvertretern, die Unwahrheit gesagt hat. Und der Staatsanwalt hat in seinem Plädoyer gesagt, das ist nicht nichts. Das ist jetzt kein Schwerverbrechen, aber es ist auch nicht nichts, weil die Wahrheitsfindung in einem Parlament wichtig ist, weil das Parlament kann dann Konsequenzen setzen. Minister Anklagen machen, neue Gesetze schreiben, die Minister beim Verfassungsgerichtshof anzeigen. Und das einzige Produkt, das sozusagen so ein Ausschuss kriegt, ist die Wahrheit. Und daher gibt es eine Wahrheitspflicht, die ist im Gesetz angeordnet, außer man würde sich durch eine wahrheitsgemäße Beantwortung der Fragen der Verfolgung durch Strafgerichte aussetzen. Und das ist der sogenannte Aussagenotstand. Und da ging es um die Bestellung von Thomas Schmid, dem starken Mann damals im Finanzministerium, zum obersten Chef der Staatshoch. Da muss man auch erklären, warum ist das so wichtig. Der Sebastian Kurz, das ist der Vorwurf, hat als Chef dieser ÖBAG, aber auch als die Kontrollore der ÖBAG, also die, die den Thomas Schmid kontrollieren, seine engsten Freunde eingesetzt. Die ÖBAG ist nicht irgendwas. Das ist die Beteiligungsverwaltung der staatlichen Industrie, der Verstaatlichen, das, was früher die ÖIAG war. Also das ist eine ganz wichtige Stelle, die Milliarden an österreichischem Volksvermögen verwaltet, wo Aufsichtsräte bestellt werden in den verschiedensten, ÖMV zum Beispiel. Also das ist eine wichtige strategische Position. Und Sebastian Kurz hat dort den Thomas Schmid eingesetzt. Nicht zu sagen juristisch, aber er hat dafür sich eingesetzt, dass das der Thomas Schmid wird. Der berühmte Satz, kriegst du alles, was du willst, kommt aus diesem Chat. Und er hat in den Aufsichtsrat dieser ÖBAG, also in die Kontrollinstanz des Schmid Spender gesetzt. Leute, die ihn gespendet haben. Die Tochter zum Beispiel vom industriellen Ordner, die Iris-Ordner, die auf einmal Aufsichtsrettin wurde. Und hinter den Kulissen hat Kurz hier versucht, seine Leute an die richtigen Positionen zu bringen. Und in dem Ausschuss, im Untersuchungsausschuss hat er aber gesagt, hat das vielleicht einmal Hand mitbekommen, er bei Herzen nicht wirklich entschieden. Jetzt Florian, der Sebastian Kurz ist ein erfahrener Politiker, mit Charisma. Hat er das ausspielen können in diesen drei Prozesstagen? Ja und nein. Also er war, was macht der Sebastian Kurz? Er stellt sich immer vor der Verhandlung. Diese Verhandlung findet im großen Schwurgerichtssaal. Es ist gar kein Schwurgerichtsverfahren, muss man mal sagen, sondern ein Einzelrichter. Es ist eine relativ kleine Strafdrohung. Aber es wird einmal im großen Schwurgerichtssaal abgeführt. Also so wie große politische Prozesse, wie Mordprozesse oder Verbotsgesetze. Es ist schon einmal ungewöhnlich, aber der Schwurgerichtssaal ist deshalb gewählt worden, weil so viel Publikum kommt. Und da sitzt er in der ersten Reihe, der Sebastian Kurz. Man hat ihm die knarzende Anklagebank erspart. Also dieses eulige Hölz, das kennt man aus dem Fernsehen, sondern man hat vorne Tische aufgestellt. Und da sitzt der Sebastian Kurz, sein Kabinettschef, der Bernhard Brunelli. Und am ersten Tag saß dort auch seine Stellvertreterin in der ÖVP, die Casinosvorständin Bettina Glatzkremsner. Und immer bevor diese Verhandlung stattfindet, geht Sebastian Kurz im Foyer dieses Schwurgerichtssaal. Das muss man sich ein bisschen wie so ein Opernhaus vorstellen. Es gibt eine Galerie und es gibt da Zuschauer. Vor allem gibt es ein Foyer und große Schmiedeeiserne Tore. Also man hat fast das Gefühl, man ist in einem K&K-Theater. Die Gerichtsbarkeit wird dort auch inszeniert. Und Sebastian Kurz gibt dann immer vorher eine Pressekonferenz, einen kleinen Doorstep, wo er wie als Bundeskanzler sagt. Und dann geht er eben hin und sagt, ich bin jetzt froh, dass dieser Prozess stattfindet, weil ich kann jetzt endlich einmal die Wahrheit erklären und kann also den Staatsanwälten, die mich da seit Jahren verfolgen und der Opposition, die mich zerstören will und die da gemeinsam mit den Medien eine Hetzkampagne machen, endlich kann ich also die Wahrheit offenlegen. Und ich freue mich auf diesen Prozess. Und dann geht er in diesen Prozess hinein. Und da ist dann nicht wahnsinnig viel Freude zu merken auf seiner Seite. Und dann stellt ihm der Staatsanwalt, der Gregor Adamowitsch und der Staatsanwalt Roland Koch, das sind zwei Staatsanwälte, die den Fall sehr genau kennen, die wirklich jeden Chat kennen, die stellen ihm dann sehr präzise Fragen. Wo sie ihm, man muss sich vorstellen, die haben eine Anklage geschrieben, die sich aus vielen Chats, aus Kalendereinträgen, aus Sitzungsprotokollen, aus Saitleitern, also die haben alles zusammengetragen zu diesem Bastel, das Kurz hier einfach wirklich vorsätzlich gelogen hat. Und die stellen ihm jetzt Fragen und der Sebastian Kurz beantwortet sie aber nicht. Muss er auch nicht beantworten. Er muss es beschuldigen. Er beantwortet nur die Fragen des Richters, aber er sagt, den Staatsanwälten, denen gebe ich keine Antwort. Und dann kommt es zu so einer bizarren Szene, dass der Staatsanwalt eine Frage stellt und der Kurz schaut weg. Also er schaut ihm nicht einmal in die Augen, er schaut in die andere Richtung und dann lässt man so ein paar Sekunden verstreichen, wo es so ganz still ist. Und dann wird es ganz ruhig. Und dann kommt die nächste Frage. Kurz schaut wieder weg, es wird ganz ruhig. Also das, was er vor dem Saal gesagt hat, nämlich, ich bin froh, dass ich an der Wahrheitsfindung mitmachen kann. Der Staatsanwalt hat auch gesagt, Herr Kurz, wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns Ihre Sicht der Dinge jetzt wirklich schildern. Wenn Sie wirklich das, was wir in der Anklage geschrieben haben, wieder legen und sagen, wo wir falsch liegen. Wir bitten Sie darum, sagen Sie das. Und er sagt aber kein Wort. Warum sagt er noch nicht? Weil er weiß, dass das sehr gefährliche Fragen sind und weil er sagt, das mache ich nicht. Ich beantworte die Fragen des Richters. Und der Richter hat ihm jetzt am ersten Tag eine ganz entscheidende Frage gestellt. Er hat gesagt, Herr Kurz, Sie haben die Möglichkeit eines Aussagenotstands. Den Aussagenotstand muss ich als Richter von Amts wegen wahrnehmen. Das heißt, salopp erklärt, man lügt, wenn man sich dadurch juristisch schützt. Genau. Und er sagt, Herr Kurz, erste Frage, hatten Sie Angst vor strafgerichtlicher Verfolgung? Und der Kurz sagt, ja, weil, schau uns, alle Minister sind angezeigt worden. Die Opposition hat alle angezeigt, ich bin da verwickelt in ein Verfahren. Und dann sagt der Richter die nächste Frage, haben Sie deshalb falsch ausgesagt? Und wenn der Kurz jetzt gesagt hätte, schauen Sie heraus, und das hat die Bettina Glatz-Kremsen gesagt, er hat gesagt, schau uns, ich war schlecht vorbereitet, ich wollte meine Institution schützen, ich war da durch den Wind, es war Corona, 24. Juni 2020 war diese Einvernahme. Ich habe da einen Fehler gemacht. Ja, ich habe nicht ganz die Wahrheit gesagt. Dann wäre der Kurz raus. Dann würde er einen Aussagenotstand bekommen. Aber er hat gesagt, nein, ich habe die Wahrheit gesagt. Ich habe nicht gelogen. Also er hat das, was sein Kabinettschef, der auf Aussagenotstand plädiert, und auch seine Stellvertreterin geschafft hat, die mit 100.000 Euro Geldbuße am ersten Tag den Saal verlassen konnte, das schafft er Kurz nicht, das will er nicht. Vielleicht hat er auch recht. Wir dürfen den Ausgang des Strafverfahrens nicht vorwegnehmen. Vielleicht erweist sich auch, dass Kurz die Wahrheit gesagt hat. Also er sagt, er ist unschuldig, und er betont, er hat die Wahrheit gesagt, obwohl er manchmal ja den Eindruck gehabt hat, er hat schon bei der Beantwortung der Frage der Richter immer wieder auf die unklare Situation, auf die angespannte Situation, auch darauf, dass er nicht so konzentriert war, darauf hingewiesen, was bedeuten würde, so ganz, hat er sich nicht darauf festgelegt. Aber du sagst, er hat sich festgelegt, er hat die Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, das war quasi ein Hetztheater, dieser Urschuss. Und er sei da und unterbrochen worden. Und die Abgeordneten seien also mit ihm dort Schlitten gefahren. Und da passiert es einmal, dass man vielleicht nicht ganz präzis ist. Und deshalb hat er so oberflächlich geredet. Und deshalb hat er die Antworten, da ist er da nicht ins Detail gegangen. Die Staatsanwalt sagt, nein, es war überhaupt kein Hetztheater. Und der Richter hat im Gericht die Tonbandaufnahmen aus dem Urschuss vorgespielt. Man konnte sich das dann anhören. Und man hat gemerkt, der Einzige, der er unterbrochen hat, war eigentlich der Wolfgang Sobotka, der ÖVP-Vorsitzende. Das war überhaupt kein Hetztheater. Das war eine ganz ruhige Einvernahme. Sebastian Kurz hat sich auch danach, man kann sich das anschauen auf YouTube, nach dieser Einvernahme überhaupt nicht darüber beschwert, dass er da wild behandelt wurde, sondern er hat dort einfach auf die Frage, ob er involviert war in die Bestellung von Thomas Schmid, einfach nein gesagt. Er hat gesagt, ich war nur am Rande informiert. Ich habe ihn auch für den Besten gehalten. Aber entschieden hat es der damalige Finanzminister Löger. Und da sagt der Staatsanwalt, du hast dort nicht die Wahrheit gesagt. Und das ist strafbar. Das ist strafbar. Auf der anderen Seite jetzt in der Arena der politischen Auseinandersetzung ist das wahrscheinlich etwas, was die Bürger nicht wundert. Dass Politiker sich herausreden, wenn sie in einer schwierigen Situation sind. Und da war ja schon oft auch von Beobachtern, zum Beispiel der Neuen Zürcher Zeitung, der Einwand, hat sich da die Staatsanwaltschaft nicht vergaloppiert, einen so großen Prozess, der Gewicht hat, in einer Causa anzustrengen, der eigentlich nach menschlichem Ermessen vielen Politikern passiert. Sind diese Zweifel, dass diese Fragen, dass sich die Staatsanwaltschaft da vergaloppiert hat, gibt es da irgendeine, aus den Erfahrungen der ersten drei Tage, Schlüsse in Bezug auf diese Frage? Im Gegenteil. Es ist ja nicht so, dass Sebastian Kurz diese Antworten hier im Falter Podcast-Studio gibt. Da darf er lügen. Wenn er hier bei uns sitzt, kann er uns anlügen. Im ZIP-Studio kann er uns anlügen. Er darf auch als Redner im Parlament lügen. Er darf nicht im U-Ausschuss lügen. Das darf er nicht. Der U-Ausschuss ist ein Kontrollgremium. Das ist kein Gericht, aber es ist ein politisches Tribunal, das dazu dient, die Wahrheit zu rekonstruieren über Vorgänge in der Verwaltung. Über die Frage, wer vertritt unsere Milliardenanteile in der österreichischen Industrie? Darüber darf er nicht lügen. Das ist strafbewehrt. Erstens. Zweitens hat die Staatsanwaltschaft ja diesen Prozess nicht inszeniert, indem sie dort irgendwie mit Bauken und Trompeten jetzt einen Pranger aufstellt, sondern sie macht das, was im Gesetz steht. Sie muss, wenn sie den Verdacht hat, dass eine strafbare Handlung vorliegt, diesen Fall einem Richter vorlegen. Und die Staatsanwaltschaft hat ihren Strafantrag nicht nur der Behördenleitung vorgelegt, dem Gruppenleiter, sondern auch der Oberstaatsanwaltschaft, dem Chef der Oberstaatsanwaltschaft, in dem Fall Innsbruck, weil der Chef der Oberstaatsanwaltschaft Wien als befangen gilt und selber im Aussagenotstand war. Der hat auch gelogen vor dem Urschuss, hat aber einen Aussagenotstand bekommen und das Ministerium der Weisungsrat. Das heißt, dieser Strafantrag ist nicht ein Match zwischen WKStA und Kurz oder ein Machtkampf, wie im Profil gestanden ist, sondern die Staatsanwaltschaft muss, wenn sie einen Verdacht hegt, den Fall einem Richter vorlegen. Und das müssen wir prüfen. Das passiert am Grauen Haus jeden Tag, hundert im Halle, ohne dass es sich irgendjemanden interessiert. Jetzt erwischt es halt einen ehemaligen Bundeskanzler und der macht aus dem einen politischen Kampf. Und manche Journalisten steigen ihm da, glaube ich, auf die Banane und machen ihm den Gefallen, diesen Frame, diesen Rahmen mitzutragen, zu sagen, das ist ein Machtkampf. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich immer auch eine Abwägung und die Möglichkeit, so und so zu entscheiden. Das ist auch passiert im Verfahren. Bei der Staatsanwaltschaft und in Amerika. Das ist auch passiert im Verfahren. Zum Beispiel Glatz Kremsner hat sofort eine Diversion bekommen. Also der Richter hat gesagt, du hast deine Geldbuße und bist raus. Wir machen da ein großes Tribunal. Nach acht Stunden war der Prozess beendet. Wie hat der Tod von Christian Pilnercheck in diesen Prozess hineingespielt? Der Tod von Christian Pilnercheck ist im Gerichtssaal über die Agenturen gelaufen. Die Journalisten haben das am Handy oder an den Computern als Eiltmeldung bekommen. Da ist Sebastian Kurz noch vernommen worden. Es gab dann eine kurze Pause, nicht wegen Pilnercheck und dann ist Kurz sozusagen in den die Beschuldigten Einvernahme wiedergegangen und hat dann gesagt, er möchte jetzt sagen, dass er eigentlich schon ihn sehr bedrückt, weil er hat gerade gehört, der Pilnercheck ist gestorben und er hat am Vortag noch mit ihm telefoniert und das ist eine entsetzliche Nachricht und da war so eine für mich sehr glaubhafte so ein Schockmoment bei ihm. Aber er hat das nicht sagen müssen. Er hätte es nicht sagen müssen, aber es wäre auch komisch gewesen, es nicht zu sagen. Warum? Weil die zwei Staatsanwälte, die dort sitzen, aber auch der Richter, der dort sitzt, sehr persönliche Beziehungen mit diesem Christian Pilnercheck hatten. Man darf nicht vergessen, diese zwei Staatsanwälte sind von Christian Pilnercheck massiv attackiert worden. Der eine Staatsanwalt, der Gregor Adamowitsch, der ihn lange kennt, der hat mit ihm im Ministerium gearbeitet, der hätte observiert werden sollen, weil Pilnercheck ihn verdächtigt hat, Akten herauszuspielen. Der andere Staatsanwalt, der dort sitzt, der hat diese berühmte Ibiza-Weisung, wo Pilnercheck versucht hat, den Ibiza-Fall der WKStA wegzunehmen. Es gab da diesen berühmten Chat, wir wollen den Vorbrechen der WKStA verhindern. Dieser Staatsanwalt hat diesen, damals als Mitarbeiter im Kabinett von Josef Moser, dem ÖVP-Justizminister, da hat er noch im Kabinett gearbeitet, bevor er Staatsanwalt wurde, der hat dieses Mail dem U-Ausschuss vorgelegt, ist für Pilnercheck dafür als Depp beschimpft worden. Und der Richter, der war der Staatsanwalt früher, der war früher Staatsanwalt in der Meindl-Affäre und hat diesen Meindl-Akt zehn Jahre lang, ist in diesem Meindl-Akt untergegangen und hat Pilnercheck, ist dafür kritisiert worden, dass er dem nicht genügend Ressourcen gegeben hat. Das heißt, die Leute, die da gesessen sind, der Sebastian Kurz, der gesagt hat, ich habe mit ihm noch telefoniert, es war ein Freund, der hat mir gute Ratschläge gegeben, zwar hat er es nicht gesagt, aber man ist davon ausgegangen. Und diese Juristen, die da gesessen sind, die hatten alle ein sehr enges, aber auch für das gesamte Verfahren sehr interessantes Verhältnis zu diesem und Christian Pilnercheck. Der Sebastian Kurz hat danach einen Text online gestellt, wo er de facto sagt, der Suizid ist. Christian Pilnercheck ist eine Folge dessen, dass der an den Pranger gestellt wurde. Ist irgendwas davon auch ein Teil der Realität, wie du sie erlebst? Also Christian Pilnercheck, versuchen wir die letzten Stunden im Leben des Christian Pilnercheck zu rekonstruieren. Der Christian Pilnercheck war am Abend vor seinem Tod oder am Abend seines Sterbens in der Campari-Bar in Wien. Er hat dort einen Wiener Strafverteidiger getroffen. Ich habe mit dem Strafverteidiger gesprochen und habe gesagt, Pilnercheck war eigentlich guter Laune. Er hat einen Journalisten getroffen von der Presse, der dort Zeitung gelesen hat. Mit dem ist er in ein Gespräch gegangen und er hat erzählt, er hat ein, wie soll man sagen, ein launiges, vielleicht ein bisschen angeheitertes Gespräch gehabt. Aber da war weder ein sturzbetrunkener Pilnercheck noch war er depressiv in dieser Situation. Und er ist, glaube ich, im Profil ist es gestanden, er war in der ungarischen Botschaft bei irgendeinem Empfang, dürfte mit Sebastian Kurz telefonieren, ist dann mit dem Auto als Geisterfahrer auf die Autobahn aufgefahren, weil er Richtung Krems fahren wollte, ist von der Polizei festgehalten worden, mitgenommen worden, man hat ihm den Führerschein abgenommen und eine Bekannte hat ihn abgeholt und nach Hause gebracht und dort hat man ihn tot aufgefunden. Sein Leichnam wird jetzt obduziert, es wird vom Gericht, wurde eine Obduktion angeordnet, das ist der Gerichtsmediziner Denk, der ihn jetzt obduzieren wird und es wird in zwei Monaten ein Ergebnis geben, woran Christian Pilnercheck gestorben ist. Aber dass er an den Pranger gestellt wurde in den letzten Monaten, und jetzt ist die Frage, wurde er an den Pranger gestellt? Ist das wirklich der Fall? Ich glaube nicht, dass er an den Pranger gestellt wurde, sondern es sind von der Staatsanwaltschaft Innsbruck, nicht von der WKStA, von der Staatsanwaltschaft Innsbruck, im Rahmen eines Verfahrens, einer Anzeige, weil er im Komplex rund um einen Immobilienspekulanten Geheimnisse verraten haben soll, wurde sein Handy beschlagnahmt. Und in diesem Handy hat man eine Menge an Chats gefunden, die für ihn peinlich waren. Und das waren aber nicht private Chats, sondern das waren Chats, wo man gelesen hat, dass er zum Beispiel vor der Einvernahme von Gernot Blümel gefragt hat, wer vorbereitet Gernot? Oder wo er Tipps gegeben hat an einen Kabinettschef im Finanzministerium, wie man eine bevorstehende Sicherstellungsanordnung sabotieren kann, wie man Einsprüche machen kann dagegen. Man hat gesehen, dass er sehr intensiv telefonisch Kontakt hatte zum Wolfgang Sobotka, zum Nationalratspräsidenten. Man hat gesehen, dass er den Staatsanwalt Adamowitsch, der gegen Kurz ermittelt, observieren lassen wollte. Man hat gesehen, dass er Leute beschimpft hat, die Ermittlungen gemacht haben. Dass er eine Kampagne machen wollte gegen die WKSDA, das stand in einem Inmeld. Er war ziemlich zentral. Er ist eine ganz zentrale Figur. Wir werden auch dazu kommen, wer dieser Christian Pilatschek war. Aber man kann zusammenfassen, dass er eigentlich in seinen letzten Monaten als Sektionschef eher ein Politikberater war, der ÖVP, aber nicht ein Vertreter der Strafrechtssektion im Justizministerium, der damals nicht mehr, aber eine lange Zeit vorher Vorgesetzter war von Staatsanwälten. Er hat sich weniger als Spitzenbeamter verhalten, als als jemand, der der ÖVP sozusagen mit Rat und Tat zur Seite stand. Ob das strafrechtlich relevant war, hat die Disziplinarkommission untersucht und sie hat ihm eine Geldbusse gegeben. Was keine wahnsinnig schwere Strafe ist. Naja, 10.000, 11.000 Euro Geldstrafe für ein Sektionschef, das ist, wenn man die Disziplinargerichte kennt und weiß, wie milde Strafen im Beamtendisziplinarrecht sind. Da gibt es einmal ein Du-Du-Du und ein Fingerzeig und dann gibt es eine Ermahnung und dann gibt es einen Verweis. Also ein Monatsgehalt an Geldstrafe ist einmal nicht nichts. Und das Gericht hat ihm aber freigesprochen, er ist angeklagt worden, weil er eine Information aus einem Strafverfahren und zwar gegen die Journalistin Anna Thalhammer, die jetzige Profilchefredakteurin, die wurde angezeigt von der WKStA. Das war eine dumme und eigentlich auch skandalöse Anzeige, weil man sie angezeigt hat wegen eines Artikels, den sie geschrieben hat. Und diese Anzeige ist zurückgelegt worden von der Staatsanwaltschaft Wien und diese Information hat er vom Oberstaatsanwalt Fuchs übermittelt bekommen und diese Information hat er an den Kurier weitergereicht, um zu zeigen, was für eine wild gewordene Behörde und für ein dummer Trupp diese WKStA ist. Und das war laut Meinung der Staatsanwaltschaft ein Verrat von Amtsgeheimnissen. Das Gericht hat aber gesagt, nein, er wollte nicht Interessen der Republik beschädigen, sondern er wollte sozusagen wie ein Whistleblower die Öffentlichkeit darüber informieren, dass bei der WKStA etwas schief läuft und deswegen ist er freigesprochen. Er war auf jeden Fall eine ziemlich wichtige Figur in all den Auseinandersetzungen der letzten Monate. Florian, wie geht es weiter in dem Verfahren gegen Sebastian Kurz? Naja, es wird jetzt im November, also gestern, heute haben wir Dienstag, gestern am Montag war es ein Kabinettschef Bonelli, der auch die gleiche Strategie hatte, die WKStA anzugreifen, den Thomas Schmid anzugreifen. Es wird jetzt der Thomas Schmid in den Zeugenstand kommen. Thomas Schmid ist der Grundzeuge. Der Thomas Schmid ist in einem anderen Verfahren, nämlich in der Inseratenaffäre, ein viel, viel, viel wichtigere Zeuge, weil er nämlich aussagt, dass er im Auftrag und im Wissen und im Wollen von Sebastian Kurz Millionen an Steuergeldern verwendet hat für Inserate, damit die Boulevardmedien dem Sebastian Kurz, ich sage es erlaubt, das Godol kraulen. Und er hat auch ausgesagt, dass er Steuergeld rund 500.000 Euro verwendet hat, um Studien zu bezahlen für Sabine Beinschab, die in Wirklichkeit ÖVP-Propaganda waren. Das ist eine schwere Belastung für Sebastian Kurz, weil er Sebastian Kurz damit der Bestechung und der Untreue zeigt. Und das ist ein Verfahren, das wahrscheinlich erst in zwei, drei Jahren stattfindet. Wichtig ist jetzt die Frage, ist der Thomas Schmid glaubwürdig? Der ist noch nie aufgetreten. Der ist noch nie aufgetreten. Der hat auch von dem U-Ausschuss nicht ausgesagt. Ist der Thomas Schmid glaubwürdig? Oder ist er ein Schwätzer? Ist er ein Wichtigturer? Ist er jemand, der die ganze Zeit lügt, um sich selber für diese Zahlung der Studien irgendwo aus der Schlinge zu retten? Und Sebastian Kurz sagt, dieser Thomas Schmid ist ein Schwindler, obwohl er in den Chats einer seiner Ängsten vertrauten war. Und der Thomas Schmid sagt, ich bin kein Schwindler, sondern ich war der Galeansklave wörtlich, der Praetorianer von Sebastian Kurz. Ich habe für ihn das Geld besorgt als Generaldirektor im Finanzministerium. Das, was der Pilnetschek in der Justiz war, das war der Thomas Schmid in der Finanz, der Generalsekretär, der oberste Spitzenbeamte, der das Weisungsrecht hatte, gegenüber allen Finanzbeamten. Und der Thomas Schmid hat gesagt, ich habe Geld beschafft für den Kurz, seinen Wahlkampf, ich habe seinen Spendern und seinen Gönnern und seinen Förderungen und die Finanz vom Hals gehalten und ich habe Studien bezahlt und ich gestehe das. Und das ist für ihn Kurz eine sehr, sehr, sehr unangenehme Situation, weil letztlich ein Schöffen-Senat würdigen muss, ob der Schmid recht hat oder der Kurz. Das wird aber noch nicht jetzt entschieden werden. Und jetzt dreht der Schmid das erste Mal auf über die Frage, ob der Kurz lügt, über die Frage, ob sich Kurz für Schmid eingesetzt hat. Und der Schmid sagt, natürlich hat er sich für mich eingesetzt. Er hat genau das Gegenteil von dem gemacht, was er vom Urschutz gesagt hat. Er war mein treuerster Förderer. Der Kurz hat mich an diese Stelle heben wollen und wir haben einen Hintergrund-Deal gehabt und wir haben einen Seideliter gehabt und ich war dafür da, im Hintergrund das alles zu managen. Und das ist für den Kurz natürlich unangenehm und es wird interessant zu hören sein, wie Schmid klingt, wie überzeugend er ist, ob er Widersprüche hat, ob er sich in Widersprüche verwickelt und darum wird der nächste Prozestag einer der ganz, ganz wichtigsten. Wann wird dieser Prozess zu Ende gehen? Das wird wahrscheinlich heuer noch der Fall sein, glaube ich, aber es werden viele Zeugen in den Zeugenstand treten. Es werden Finanzminister befragt werden, es werden Leute befragt werden, die an diesen Seidelitters arbeiten und die stehen alle unter Wahrheitspflicht. Also Schmid muss das erste Mal auch unter Wahrheitspflicht aussagen. Bis jetzt ist er als Beschuldigter gefragt worden, im Kurzprozess ist er Zeuge und da muss er die Wahrheit sagen oder er muss sich entschlagen und er wird aber aussagen. Die Handlung und da muss es als der Falle unter Wahrheit die Wahrheit besagt werden, es ist er hypocritisch und er wird